Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu einem Video, was ich so nicht gedacht hätte, dass ich das mal machen würde, weil ich wollte eigentlich gechillt mit meinen zwei PSN-Freunden, die Nexo und PL765 Lauri, AKPL765 Gauna, eigentlich ein bisschen gechillt, geht ja 4 spielen. Dann gehen wir ins Spiel rein und glauben es nicht. Wir sind in so eine komische Hacker-Lobby gekommen, plötzlich tut sich da irgendwas auf und wir sind jetzt direkt am Flughafen. So, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, hey Digga, das ist Xbox oder das ist PC. Da können wir gleich mal aufräumen. Ich öffne meine Freundesliste und das sieht auf jeden Fall PS3 mäßig aus. Und ihr seht, der Hacker hat sich ein bisschen Mühe gegeben, hätte sich aber ein bisschen mehr Mühe geben können. Wir sehen hier die Wassertürme vom Flughafen und so eine komische Rampe. So, jetzt können wir mal sehen, wie er das macht in Action. Yeah. Jetzt steige ich einfach mal aus. So, wie ich bin. Und da sehen wir sogar noch eine Rampe hier. Das ist schon ein bisschen mehr Hardcore, muss ich sagen, weil ich hab, war schon mal drin. Da waren ja diese komischen lilanen Klötzchen. Und ja, das hier ist deutlich größer. Ihr seht schon, er hat sich ein bisschen hier verkünstelt. Und da kann man jetzt auch runterspringen und so. Ah! Falsch, öffne dich! Ach Mist. Ich dachte, ich bin nur ein Sterbel. Ich bin nicht auf das Ding für alle. Mann, oh Mann. So. Gehen wir gleich nochmal hin und schauen wir uns das Ding nochmal an. Ey, das muss ich mich noch verteidigen hier. Sorry. Ja, toll. PL765 Laurin. Knall mich jetzt bitte nicht ab. Boah, ich bin hier wie auf 180. Mein Puls, Alter. Mein Zockerpuls. Ich hoffe, mein Herz fällt jetzt nicht gleich aus. Boah, ich ein bisschen aufgeregt bin. Weil man kommt hier auch nicht jeden Tag in so eine Lobby rein. Boah, ist das für eine beschissene Musik. Wir können ja mal Ding reinmachen. BMW oder... Ähm, wie heißt das? Bugatti gibt's, glaube ich, schon. Meine Ahnung. Vielleicht so ein Ding reinmachen. Eine Lokomotive oder irgendwas. Ein Flugzeug, was man steuern kann. So. Waren wir da mal hin jetzt. Ich glaube, das Ding ist noch da. Mal gucken. Vielleicht fliegen hier jetzt irgendwie in der Luft rum. Wenn ich da irgendwie... Oh, ne. Ah, scheiße. Das Ding hat mich jetzt mal voller Schreck. So, warte mal. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen steuern, Digga. Ich höre dich nämlich gar nicht. PL76 und Flauri. Jetzt waren wir mal dahin. Oh, machen wir mal einen kleinen Monstersand. Oh, ist das geil. Oh, scheiße. Warte mal, jetzt mache ich noch einen Basejump hinterher und... Na toll, typisch. Die Frau hat die Nerven verloren. Typisch, Frau. Ja, Leute. Das war das kleine Let's Play oder Video. Wenn ihr das wollt. Ich sage tschau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer YouTube Gamescom. Euer Nenexo. Und euer PL765 Lauri aka PL765 Gauner. Tschau.